So, sind wir wieder bei FlatOut 2 Multiplayer. Diesmal wieder mit Robert Watson 17. Der war ja beim letzten Mal nicht dabei, weil er keine Zeit hatte, leider. Aber jetzt ist er wieder dabei. Und es geht weiter mit dem nächsten Turnier, Feldturnier. Ich bin aber auch dabei. Jaja, du bist ja immer dabei fast eigentlich. Als ich mal dachte, das wäre klar. Deswegen, äh. Also der Strecke Farmlands 1. Und jetzt zum ersten Mal mit dem FlatMobile. Ja, oh man. Hallo übrigens, und es stimmt auch nicht, dass ich letztes Mal nicht dabei war, aber es ist egal. Äh, doch, das stimmt. Nein, wann habt ihr mehr zum Aufgenommen, bitte? Ja, wir haben spät zwei Mal nur dich aufgenommen. Äh, warum denn? Wann denn? Ja, da hat es euch keine Zeit. Boah, Aldi. Alter! Alter, wie es abgeht. Ich wollte gerade aufs Gas treten, da fährt er schon los. Boah, Junge. Boah. Alter. Wie ein Scheißauto, ey. Vor allem hier mit dem Flatmobil. Das ist richtig geil. Ich werde ja nicht zurückgesetzt, wenn ich außerhalb der Map bin, ne? Dann muss ich das... Dann, wenn ich zu weit weg bin, dann werde ich ja nicht automatisch zurückgesetzt. Ich muss immer selber machen. Ernsthaft? Oh, scheiße. Ja. Alter, was klimpert denn hier so, oder? Alter, das ist ja mein Wagen zu entspricht. Alter, was? Alter, setz zurück. Boah, Alter. Oh, nein, 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 nein. Ja, ich bin Erster. Das sagt ja nichts. Aber ich muss sagen, bei dem Markert acht Parts, die wir letztens aufgenommen hatten... Oh, nee, was soll das jetzt hier? Nein, ernsthaft? Da muss ich mich schon ein bisschen verrenken, um zum Mikro gut hinzukommen. Oh, was ist das? Das hat einfach ein bisschen mit meinem Skill genackt. Das ist Flat Mobile. Mann, nicht, was das Auto ist, sondern was ist denn das, weil ich dagegen gefahren bin. Oh, nee, schon wieder, ey. So ein Handy-Anbieter. Flat Mobile. Ja, sicher. Ja, sicher. Wir reden hier von dem Auto und ihr labert hier von so einem Handy-Anbieter. Ja, wegen Mobile. Ja, den gibt's aber überhaupt nicht. Oh, nee, meine Scheiß-Tonne. Alter, verdammt nochmal. Das heißt Tonnenweg, ey, ich bin da verhofft. Ich frage mich, ob ich auch durch den Fluss fahren könnte. Scheiße. Ich bin genau in Paul Meisters Leiche hier reingefahren. Warum fährst du den da nicht durch? Oh, Leute, ich kürze einfach ab und das kann ich nicht, was ich... Nee, geht leider nicht. Man kann aber durch den Fluss fahren. Das ist kein Problem. Oh, das ist so ein... sehen. Ach, nee, durch den Fluss kann man nicht fahren. Nee, das geht nicht. Alter, kann ich mir gerade fahren hier. Äh. Jetzt. Ach, du bist Schrott? Ach, Paul Meister ist Schrott? Ja. Das check ich jetzt erst. Ich dachte, du bist irgendwie hinter mir und so. Ja, ja. Ah, wie viel? Ah. Zurücksetzen. Ah ja, und Leute, ihr könnt nochmal... Vielleicht nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses... Oh, fuck. Fuck. Oh, nee, Alter. Oh, nee. Ja, ich fahr einfach weiter. All of Bounds erkunden. Nein. Och, Mann, warum ist denn das immer so knapp? Ach, verdammt nochmal, Alter. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ich will ja nicht crashen das auto schreie doch nicht immer gleich so der steuer ist immer total dann ich noch einmal irgendwie so out of bounds fahren das ist ein Glas im Auto ins Klöte-Tal das ist so witzig hier kann ich auch hier hier ich bin einziges wer ins Ziel gekommen ist okay er geht es weiter mit dem nächsten Wagen das ist im Moment der oh nein ist eine scheiß Karre aber naja scheiß Karre was nehmen wir denn da ich nehme den unter Strecke Midwest Ranch 1 bitte warten auf Spiele los geht's diesmal hatte ich übrigens auch keine Frame Drops also dass ich kurz mein 30er fs oder so oh was das denn für ein scheiß Wagen alter der fährt ja überlangsam warum seid ihr in dem erster keine Ahnung hey wieso hast du auf einmal Nitro alter was hält ja weil ich den Zaun umgefahren hab scheiß so jetzt haben wir uns so zurückgesetzt oder er muss man gut was es sehr geht das sollte man schon wissen Prozent 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 mehr und ich möchte ein und die für ein Prozent ja da riecht der Kackwagen eigentlich ja Alter, was fliegt mir so, oh ne, ich bin zu schnell gefahren in den Seelein die Lenkung ist ja mal so richtig für den Arsch ja, nicht für die Lenkung das ganze Auto sieht typisch aus Alter, der mit dem Wagen einfach fliegt, das wäre so richtig leicht das ist ja auch leicht, das ist ja der Witz davon, das ist ja so leicht der wiegt irgendwie nur ein Gramm oder so ja, dann würde er gar nicht auf dem Arsch stehen bleiben nein zurück es gäbe vielleicht auch so ne Mondkarte, da müssen wir uns auf den Mond fahren, wenn man dann einmal fliegt, dann dauert das irgendwie eine halbe Stunde bis er nun ankommt ja, das gab man so ein ich hab' ich auf YouTube gesehen bei Dirt 3 das ist auch so ein Spiel das ist der Vorgänger von Dirt Shout-On hat einer irgendwie so ein Hack angewendet, dass die Schwerkraft geringer ist das ist ja geil dann ist er auf so ne Rampe gefahren und er ist erst mal so ewig durch die Luft geflogen und gar nicht mehr auf dem Boden angekommen echt Achse Null da hat er einmal die Schwerkraft so richtig hoch gestellt, ist er so die Rampe gefahren und so sofort so tot, weil er so so hat er auf den Boden aufgekommen, ist so direkt nach der Rampe echt, das ist so einfach so nach unten gefallen das ist nicht unlogisch Alter, die Lenkung, man lenkt und er lenkt hoch fuck der ist jetzt zurück Paul Meister, bleibt hier auf dem er-, wacker, auf dem ersten Platz Ich bin normalerweise eigentlich ganz gut, aber jetzt mit dem Scheißwagen, der so rumdriftet und man hier überall rumfliegt, einfach mitten so quer in den Wald rein wow oh nein, oh nein Alter, übertreib doch nicht und sehen, ob ich Paul Meister noch einholen kann vielleicht wenn ich ein bisschen abkürze, aufgrund meines Hacks du hast gar keinen so, ey, das ist aber, ey, das musst du aber ausstellen, das ist ein bisschen unfair, das weißt du schon ja, den benutze ich doch gar nicht, meistens bringt der auch gar nichts ja, aber du benutzt ihn doch, das ist halt aufgrund meiner Hacks, wenn du dich abgelöst hast ja, das war nur ein Witz ja, ich hab's ja nicht wirklich gemacht oah hä? ey, ne, Alter, ernsthaft jetzt fuck Paul Meister, du bist ja so ruhig ja, ich konzentrier mich halt vielleicht kann ich auch mal was sagen das war schon mein Kanal aus, weil da kommt oh, ne am 18. spätestens oder, ne, ja, ne am 20. spätestens oder, na okay, aller spätestens am 21. kommt mein erster Part von Let's Play Far Cry 4 ja ja, schön kommt das für die Wii U raus? eigentlich bin ich mir nicht sicher wahrscheinlich nicht boah, was ist denn mit dem Let's Play von, äh, äh, von, äh, von Warface? ja, wollen wir machen, Robert? nein, ich hab nicht gesagt, dass ich das machen will, sondern du wolltest es doch machen ja, aber wir händen mit dir zusammen, ich hab die ersten zwei Parts von Warface auch schon ach so, hast du schon, okay aber das können wir ja zusammen machen, weil das ja und hast du schon Abonnenten bekommen? ja, ich hab die zwei Abonnenten, äh, ich hab's noch nicht hochgeladen äh, achso, okay ja, dann bin ich ja nur zweiter geworden es backt so ein bisschen immer ja, wie verdrieben der Wagen einfach fliegt, ne? ja, das ist genau sowas bei mir eben auch in der gleichen Stelle so hochgeflogen bloß das nur 30 Sekunden ja, alter ist grad mir richtig rumgepackt alter Alter vor allem weißt du, der Buck, der bei dir auch so rum? so ein bisschen? ne, gar nicht? nicht wirklich, ne? ja, aber eben so, dass er dann plötzlich so ein bisschen anders so liegt naja, nicht so doll, sondern nur so ein bisschen immer ja doch, müsste aber eigentlich so, dann kommt jetzt das letzte Rennen dieses Parts mit dem Wagen oh je, oh je ja, mit dem Schulbus jetzt, oder was? oh, nein! Alter, schrei doch nicht gleich so ja! nein, ey, doch ja, alter ernsthaft jetzt, ohne Scheiß nimm's in den Schulbus ey, komm, das ist doch jetzt nicht dein Ernst der kommt jetzt an die Reihe deswegen mach wenigstens meine Farbe noch anders ja, mach auch und sind wahrscheinlich alle die gleichen Farbe, oder? ja, wahrscheinlich oh nee, warum denn? ja, aber alle die cool finden ey, damit kann ja mal niemand erster werden wir fahren alle gleich schnell ey, das ist ein Lüge, pardon, der kann ja nicht immer nicht ja, da ist niemand erster die anderen, die sind ja auch alle gleich schnell gefahren ey, 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 was soll das? weil ich halt hier lang ja, ich auch Alter, hallo, was soll das? hä, was denn? Ich hab' nur gar nichts gemacht nee, guck mich an ja, du sagst, du hast nichts gemacht, dann kommst du aus dem Busch raus, jetzt ich bin einfach nur gefahren, du bist direkt vor mich gefahren und dann wurde es nicht ich weiß, warum ich dich rame ja genau, komm, sie doch mal deinen Fehler ein ne alter ich scheiße, scheiß Bus, ey tja, mich wohl erster, ne ich hab ja, ich hab ja einen Buslink gerade man, alter, wie der diese Rinne fährt, ne, ich komm da nicht mehr raus puh, ernsthaft? ja, wirklich behindert, ey ne, ich hab auf die Pause-Taste gedrückt, scheiße ja, aber du machst immer wieder den Fehler, oder? ja, der ist direkt in deine Nitro-Taste, ich komm da manchmal drauf hm alter, wie man mit dem Busse rumdriften kann, ey ja, richtig geil, oder? das ist ein echtes Leben auch so, wenn man mit dem Bus fährt ja, sicher, vor allem mit dem Gelenk muss er schleudert es dann erstmal so uah ne alter, hallo, häääää Oah, Such, hääääää Stellest du kommst eigentlich, Alter signing, mein Mann du kommst eigentlich angefahren wieder, alter, alter, maaan ist so bescheuert Scheiße! Alter, der Bus überschlägt sich! Alter, ohne Scheiß, wie geil das ist. Ja. Finde ich auch. Das war gerade 180. Na, das ist schlecht. 180? Ja. Aber das kommt einfach langsam vor vor dem Bus. Ja, für das Spiel auch. Ja, Alter, der Bus ist doch logisch, dass er so wenig nur fahren kann. Naja, schon ziemlich viel für den Bus, finde ich. Ja, aber im Spiel ist es schon ganz schön wenig, weil da kann man eigentlich noch Bleigas geben. Nein, nein. Scheiß Rinder, Alter. Naja, fahr doch nicht da rein. Ich hab dich nur aufgehalten. Mann, der Scheißwand beschleunigt gar nicht mehr richtig. Oh, ne! Alter, scheiße! Wie der so durch die Luft geflogen ist, ey. War unlogisch. Boah, Alter! Die waren gleich so rumschleudert, wenn man so bisschen von der Strecke abkommt. Du musst noch einen Fehler, Robert! Mach einen Fehler! Boah! Bist du dumm? Du bremsst hier selbst damit raus! Das bringt's hier überhaupt gar nicht! Doch, jetzt bin ich vor dir! Hä? Ne, was soll denn? Sag mal, das war unfair! Nö, das war wie viel schneller! Warum bist du so schnell? Weil ich Nitro habe! Hä? Du nutzt es ja auch gar nicht! Du musst es ja schon ganz verbrauchen! Du kannst doch nicht aufsparen! Hä? Ja, ich hab grad welches bekommen! Dadurch, dass ich dich gerammt habe, hab ich welches bekommen! Ja, wie unfair! Ja, das ist das Spiel! That's the game! Boah, die Beschleunigung ist ja richtig scheiße! Wie du meinst! Und damit ist Paul Meister wohl Erster geworden! Nicht wahr? Ich bin Zweiter geworden! Hä, was soll denn das? Hahaha! Dann war's das auch schon mit dem Part! Der Akku meines Handys ist leider sehr leer! Im nächsten Part geht's dann weiter mit Midwest Ranch 2 Und dem nächsten Part! Also bis zum nächsten Part! Und tschüss! Ciao! Ciao!